Das hatte fast etwas Religiöses. Ich war ja als Kind, als junger Teenager extrem gläubig. Und dieses eine Gefühl bin ich nie mehr losgeworden. Gott sieht uns. Gott sieht, was wir tun. Gott ist da und guckt zu. Das war eine richtige Obsession. Unangenehm, klar, zum Beispiel beim Onanieren. Aber ich dachte tatsächlich, Gott hat etwas vor mit mir. Mit der Menschheit. Gott hat Pläne mit uns.